malzeit und willkommen zurück hier zu deliver as mars es geht weiter genau da wo wir stehen geblieben sind hier können wir jetzt durch und es erwartet uns ein hologram mal wieder aber erstmal die obligatorische umsehaktion nachher eins habe ich noch vergessen sorry ganz kleinen augenblick immer das gleiche so jetzt immer das gleiche so ja wir haben ja dieses schicke laser rätsel dann endlich gelöst gehabt und verfolgen jetzt im prinzip es also spricht die einheit von rosa aber stehen auch hier direkt wieder vor verschlossener tür aber da oben steht ihr name dran könnte ihr quartier sein würde ich jetzt mal von ausgehen das heißt wir müssen jetzt wieder eine eklige dechiffrierung machen und natürlich willst du wieder zwei haben es ist so nervtötend näher ran bringt dich rein also wo ist der kick jetzt hier höher bringt dich rein und sonst und drehen okay ja bist du im panopticon mit a er was war Isaac, bist du noch am Leben? Das wollte ich. Alles nicht. MegArthur soll Habitus aktivieren. Isaac. Mies. Ich würde mal behaupten, ihr ging es jetzt auch nicht mehr so gut. Muss ja ein richtiger Kampf gewesen sein zwischen den beiden Fraktionen. Homeboard und Outboard. Und da ist Ace. Und ich denke, das ist die Leiche von Rosa. Oh, fuck. Oh, und das sind die ganzen Zeichnungen, die Kathy als Kind gemacht hat auf dem Mond. Oh, mies. Diese Mörder. Unglaublich. Hey. Noch bei Rosa nach all dieser Zeit. Warum hast du nicht gesagt, wo du hingehst? Ich. Ich sah Ace und bin ihm nachgelaufen. Da ist noch ein Hologramm. MegArthur hat Labos abgeschaltet, damit Rosa die Startsequenz nicht aktiviert. Und danach stellte er den Sauerstoff ab von der ganzen Kolonie. Oh, was? Du hast Isaac da wohl auch gesehen, oder? Wir gehen. Was? Was? Wir starten die MPT-Verbindung zu Labos von der Brücke. Wir machen Habitas stark klar und sind vor Beginn der Nacht weg. Und die Archivita? Rosa ist tot, Kathy. Es sind alle tot. Und wenn es Überlebende gibt, sind die wohl bewaffnet und würden uns töten? Die Mission ist noch nicht abgeschlossen. Uns fehlt ein Crewmitglied. Und kritische Ausrüstung, die wir für die Mission brauchen, fehlt auch. Archivita mag wichtig sein. Doch wir wissen nicht, wo sie ist und ob sie funktionsfähig ist und ich gefährde. Den Erfolg dieser Mission nicht weiter mit der Suche. Wir brechen jetzt auf. Das ist ein Befehl. Befehlen kann sie gut. Na, Ryan? Was machen wir mit dem Kleinen da? Ace, dreh dich um. ESI-Einheit. 63754-N. Eigentumstransfer. Lunarad-Überbrückung. 1-7-0-544. Isaac Johansson. Dein Name? Mein Name. Ryan Delianen. Okay, er ist gehört jetzt dir. Das ist ja was. Kathy, richte die Schüssel auf Archelabos aus. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß wirklich nicht, ob mir das gefällt. Guckt euch das Teil nochmal an, ne? Abgefahren. Echt abgefahren. Gut, tun wir wie uns geheißen, ne? Sollen wir anderes tun? Jetzt. Ich weiß nicht. Äh, hallo? Oh, okay. Sehr langsam. Erst klar, ich dachte, passiert gar nichts. Fertig. Also, Ryan, prüf die Systeme und dann los. Bin dran. Sarah? Das ist doch die letzte Arche, oder? Das muss sie sein. Ich glaube, die werden wir wohl nicht retten können. Sind wir. Was hast du getan? Ich. 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 Das war das Absicht. Sarah, stopp. Kommen wir nie vom Planeten. Sarah, halt, stopp. Das war unsere letzte Möglichkeit, nach Hause zu fliegen. Sarah, hör auf. Wir sitzen hier fest. Zusammen. Verstehst du das nicht? Sarah. Ah. Äh. Schon okay. Janu? Was sollte der Blick mir sagen? Meine Güte, das ist immer noch die WSA. Die könnten uns noch ein Schiff schicken. Wobei andererseits wurde uns ja gesagt, dass wir nicht so viel Zeit haben. Na ja. 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 Ryan. Ich schwör's. Ich weiß nicht, was passiert ist. MPTs funktionieren so nicht. Ich hätte das nicht mal geschafft, wenn ich gewollt hätte. Nicht, dass ich es wollte. Nur ist... Ja doch, ich weiß. Ist sie okay? Ja. Wird schon werden. Ja, sie braucht nur ein bisschen Zeit. Ein großes bisschen. Also. Was jetzt? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir die MPT-Schüssel noch anschließen können? Eher unwahrscheinlich. Also. Besteht noch die Chance? Naja. Nur wenn die Schüssel beim Aufprall nichts abbekommen hat. Und selbst wenn das der Fall wäre, bräuchten wir freie Sicht auf sie von Habitas. Und ich müsste die Transformatoren und Wandler prüfen und hoffe, dass sie intakt sind. Ja, das ist für die letzte Hoffnung, die uns noch bleibt. Ich. Ich muss einfach bei Sarah bleiben. Na klar. Da habe ich meine Zweifel, dass ihr auf sie zählt. Okay, also Panopticon, wie es aussieht. Wie kommen wir da rein? Achtes Kapitel, harte Zeiten. Okay. Koffi, ihr konntet das lesen. Ich nicht. Aber ihr könnt ja auch auf Pause drücken. Wir fahren wieder ein bisschen Rover. Heizen wir mal ein bisschen durch die Sandwüste des Mars. Wer braucht Tatooine, wenn man den Mars hat? Ein bisschen Ziel. Okay, da ist sie. Also entweder ist es die Arche, die wir... Hey. Bitte? Schon da? Ja, ich sehe sie. Sie ist wohl auf der Seite gelandet. Sieht noch in Ordnung aus, aber ich muss näher ran, um sie untersuchen zu können. Mit etwas Glück hat die IAS das Schlimmste abgekriegt. Okay. Denn wenn es nicht geht... Ich drücke jedenfalls ganz fest die Daumen. Und Sarah? Brot sich aus. Ja, also wie gesagt, wenn es nicht die dritte ist, dann kann es am Ende ja nur die erste sein, durch die wir schon geschwebt sind. Das hat komisch geleuchtet gerade, oder? Mal kurz kicken. Nö. Jetzt sein können. Na gut. Wie auch immer, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, was das jetzt ist. Tatsächlich. Ich habe ernsthaft gedacht, wir stehen kurz vor dem Finale. Aber offensichtlich dauert das noch einen Moment. Soll mir auch recht sein. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich da hoch? Ich drehe nochmal eine kurze Runde für eine bessere Übersicht. So, bleib mal stehen. Da zeigt er mir ein Ziel an. Das ist echt schwer zu erkennen. Da zeigt er mir das Ziel an. Also ist die Frage jetzt... Komme ich hier so hoch? Ja, komm, bleib stehen. Hallo. Danke. Probieren wir es einfach mal. Sieht für mich jetzt nicht unbedingt nach einer Kletterwand aus. Die waren besser hervorgehoben, aber... Versuch, mach klug. Wie man so schön sagt. Nee, aber sie nimmt ja die Teile auch gar nicht in die Hand. Okay. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir um die Nummer drum rum fahren müssen. Irgendwie, wenn das geht... Probieren wir es. Wenn ich ehrlich bin, geht mir auch so ein bisschen der Scheinwerfer auf den Sack. Den würde ich ganz gerne ausmachen. Weil, wenn ich irgendwas Metallisches anstrahle, denke ich immer, man kann das scannen. Hey. Ah, schön. Nochmal ein bisschen mit dem Rover heizen. Finde ich ganz gut. Erinnert mich sogar so ein bisschen an Mass Effect 1. Ich denke mal, ab hier müssen wir auf jeden Fall zu Fuß weiter. Trümmer der Arche Labos. Die hätte... Hätte davon profitiert, diese Arche wieder zu Hause zu haben. Revolutionäre Technologie völlig zerstört. War ich das? Das warst du nicht. Das warst du nicht. Hundertprozentig nicht. Glaube ich nicht. Wie denn auch? Das war vorprogrammiert. Geht nicht weiter. Schade. Ich hätte mir dieses Triebwerk gerne aus der Nähe angesehen. Aber... Dann halt nicht. Alter, Finde, was ein Trümmerfeld, oder? Was für ein Riesenapparat. Diese Archen sind krass. Auf jeden Fall. Das sind die Kryo-Kapseln, oder? Kann das sein? Auf jeden Fall. Das sind die Kryo-Kapseln. Also dieser ganze Trakt mit den Kryo-Kapseln ist hier auf jeden Fall zerbrochen. Wollen wir mal hoffen, dass da keiner mehr drin war. Wobei ich gehe mal auch ganz schwer davon aus, dass da keiner mehr drin war, als der gute Eishockey angekommen ist. Da wirkt er, die auf jeden Fall auch alle aufgetaut haben. Mal ein bisschen Licht. Darf ich? Ah. Ja, Lampe läuft schon. Okay. Äh? Seid ihr lang? Komme ich aber auch nicht durch. Und du? Aayla? Ach, guck mal. Jut, dass wir die haben. Ich sag das immer wieder. Okay. Und hier ist Klettern. Na dann. Alles bleibt an uns hängen. Grauenhaft. Okay. Da geht die Tür nicht auf. Also hier rüber. Ja. Also ich gehe jetzt weiterhin davon aus, dass es die dritte Arche ist. Schneiden? Wo soll ich denn schneiden? Meine Lieben. Ach, da. Okay. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Hier nicht. Okay. Wieder schneiden. Gehen wir zurück. Ah ja. Oh, 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 oh. Was ein Sound. Guckt euch diese Trümmer an. Solarzellen von Labos Ein Solarpanel im Hybridstil Wie dieses wurde auf der Erde Nie vollständig entwickelt Aber hier auf dem Mars hatten sie es Diese Leute kannten die Geheimnisse Um diese Schiffe zu bauen Doch bevor sie den Mond verließen Sie hätten sie zu uns Zurückfliegen können Ja vor allen Dingen Hätten sie das direkt zur Erde schicken können Da wäre ich sogar noch eher bei gewesen Okay Ich will da nicht runter Kletterpartie Nein Oh Alter Alter Fest Danke Oh Ich fühl mich so unwohl Alter Finne Luftschleuse Das fehlt mir jetzt noch Schluck trinken Hardcore War man hier Ob sie noch funktioniert Scanne sie Gott sei Dank Dann starten wir sie mal Schade dass wir sie nicht mitnehmen können Sowas gibt es auf der Erde nicht Könnte er ja abholen Wenn es soweit ist Ich gehe nochmal zurück Aber das ist eine Sackgasse Okay Och Menno Echt schade Echt schade So Lasergerät Nummer 1 Einmal frei Schneiden Da ist noch eins Komme ich da rüber Und ein Widerstand auch Da oben steht ein Verteiler Okay Das wird wahrscheinlich Jetzt das Interessanteste Dieser Rätsel werden Glaube ich So Nice So Zwei Laser Ein Verteiler Der braucht einen Halbkreis Und ihr habt beide jeweils Einen mehr Das heißt ich brauche Beide Teile Wobei eigentlich nicht Eigentlich nicht Frage ist jetzt eher Wie komme ich da hoch Moment Okay das geht Ach guck Ach guck Okay also Der da unten Könnte mit dem Widerstand Aber den Widerstand Müsste ich so positionieren Dass er auch hier hilft Also Das wird lustig Okay Hm Äh Wir schauen uns noch mal kurz Da ist noch so ein Verteiler Aha Habe ich ja Glatt übersehen Die andere Seite Würde mich jetzt auch noch mal Interessieren Ist da auch noch was Komme ich da hoch Da gerade eine Einblendung Weiß ich wo Außerdem hat sie wieder ihre Klauen in der Hand Da haben wir auch noch mal So eine Teile Der anderen Seite Krass Oh Wie machen wir das jetzt Ihre Klauen in der Hand Aber wofür Wollen wir mal kurz hier hoch Da kann man klettern Okay Schauen wir erstmal Wofür wir hier klettern können Na Gut Das erschließt sich mir jetzt gerade Erstmal gar nicht Hier drüben ist das gleiche Spiel Na Okay Das wird interessant Das wird interessant Hui Okay von hier nicht Erstmal nicht Erstmal rüber Hier ist kein Abnehmer Also nehmen wir das Teil mit Stellen das erstmal auf Meinst du Aayla Kann dir das sagen? Nicht schön aber selten So Wir probieren es erstmal Ja Ganz ruhig Haben wir den ersten Part erreicht Ich wüsste jetzt auch nicht Wie sonst So Dann haben wir den Verteiler da oben Den hier drüben Nehmen wir erstmal den mit Ruhig nicht klettern Den müssten wir irgendwie hier hochkriegen Moment mal Aayla kann das doch Das haben wir ja Sogar schon in der vierten, fünften Folge gelernt Habe ich nur wieder direkt vergessen Wenn das so ist Ist das das Ding jetzt nur abstellen Die Frage ist halt wo Da wird es zum Beispiel gehen Hier nicht? Doch Hier hoch Ich probiere es mal so Jetzt mal da mal hoch So nicht Komm her Einmal da hoch Einmal da hoch Macht es ja nicht mehr Das Nervt mich gerade ein bisschen Ja also So Dann lass mich mal schauen Was er jetzt macht Da kommt immer noch einmal zu viel an Da kommt immer noch einmal zu viel an Die haben beide zu viel Output Okay Wie kam ich jetzt hier nochmal rüber? Da komm ich gar nicht rüber? So von da mit klettern oder was? Okay Ah ne Ah ne Da steht da noch so ein Teil Mir auch gar nicht aufgefallen Egal Ich will mal rüber nochmal Hallo Die brauchen den gleichen Output Einen Widerstand haben wir Einen Widerstand haben wir Und drei Verteiler Da wird's lustig Da wird's wirklich lustig Ich glaube ich habe eine Idee Dafür brauchen wir auf jeden Fall Aayla Und das Teil muss hier stehen Erstmal So halbwegs Da hängt dann noch eins drin Okay Ha Nimm mal mit Wird ja immer spannend Da eins Da eins Okay 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 Das Teil müssten wir hier direkt davor stellen Mal sehen ob das funktioniert Wahrscheinlich eher nicht Ne So funktioniert's nicht Was ich mir denke Ich könnte Ich könnte so Probieren So Weiß nicht ob ich da beide treffe Probieren wir's mal Haben wir einen Da haben wir einen Ja Nicht so schlimm Verbinden Verbinden Danke Danke Alles klar Auf zum nächsten Ja Dürfte aber nicht Dürfte aber nicht reichen Glaub ich Irgendwie Glaub ich Das war es nicht Halt mal hin Hallo Wohl andererseits Nee eigentlich Hm Das Ding Vermindert doch Auch nur um einmal Oder Es war noch so Hier haut's hin Frage ist Drüben Einmal rüber Nein Jetzt bin ich gespannt Jawohl Jetzt können wir den Archie MPT mit Habitas verbinden Müsste über uns sein Okay If you say so Müsste über uns sein Wo geht's denn weiter Von da sind wir gekommen Oder Okay Keine Chance Hier geht's nicht lang Probier's trotzdem Nochmal mit Ayla Ayla kann Aber Äh Licht Nochmal Bitte Nö Da backt es rum Das wird's dann wohl Nicht sein Dann einmal zurück Bitte Über uns Also wie komme ich Nach oben Könnt ihr auch mal Den hier fragen Weil der sagt Da lang Stimmt doch hier Schon wieder Irgendwas nicht Da muss ich doch Da oben durch Oh Leute Ey Macht's mir nicht Zu kompliziert Zu kompliziert Das ist es Nicht euer Ernst Jetzt nicht Oh Guck mal Kurz mal umschauen Ein neues Hologramm Machen wir gleich Ja ich Ja ich weiß doch Ist doch gut Woran scheitert es jetzt wieder Ach ist das grausam Ach ist das grausam Alter drei davon Willst du mich ärgern Willst du mich ärgern Ey Wie Ja Sir Aktivieren Sie sofort das Sicherheitsprotokoll Der MPT-Verbindung Ich Verstehe nicht Die Homeworlds-Aufständischen Wollen die Kolonie an sich reißen Deaktivieren Sie Arche Lavos Und die MPT-Software Braucht ein Genehmigungsprotokoll Sir Und falls jemand versucht Die MPT-Verbindung zu Habitats Ohne meine Genehmigung neu zu starten Dann übertakten Sie sofort die Schubdüsen Dann brennen Sie durch Und Lavos treibt weg Und es löst vielleicht eine Kettenreaktion Zum Rumpfteil aus Und zerstört das ganze Schiff Tun Sie es Stellen Sie die Genehmigungskondition Auf Entschlüsselstufe Argus Verstanden? Ja Sir MacArthur Du dumme Dreck-So Ich weiß warum die Arche Aufgestürzt ist Als der Aufstand in Habitats ausbrach Hat MacArthur der MPT-Verbindung Ein Notausprotokoll zugefügt Dieselbe MPT-Verbindung Die wir fast für Lavos gestartet hätten Ja Wenn man Ohne seinen Ratscode Die Verbindung startet Brennen die Schubdüsen durch Das hat Lavos zerstört Ich sehe mal nach der Schüssel Meine Fresse Oh was kann ich denn Ab diesen MacArthur Ist ja unglaublich So einmal so hoch wie es geht Weiter rüber gestattet Sie mir nicht Okay Jetzt kommen wir wieder Zu diesem Sprung-Ding Mal sehen ob es klappt Okay Hätte ich mich nicht festhalten müssen Meine Fresse Ich nehme jetzt mal an Das ist Boden Oder ich lass mich mal fallen Okay Da geht es dann auch nicht weiter hoch Mann 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 ey Luftschleuse Hier nochmal kurz kicken Könnten wir Klettern Aber Ich sehe nichts Was da wirklich helfen könnte Wow 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 Das passt mir gerade richtig Oh fuck Ich hab versucht mich festzuhalten Kinder Ich hab's echt versucht Ey Du antest es doch Sie war doch dran Sie war doch dran Oder Ey Sie war doch dran Mach doch Warum denn nicht Oh Ey Wir sind kurz vor Ende der Folge Kinder Halt dich doch fest Ich kriege gerade Einen zu viel Das turnt mich gerade Hart ab Ich halte mich jetzt hier Einfach dumm fest Ich würde jetzt gerade drum wetten Dass das Event nicht startet Wenn ich den Boden nicht berühre Und ich habe recht Ich habe absolut recht Oh man Oh man Okay Gut Meine Lieben Das soll es für die Folge Jetzt erstmal gewesen sein Ich finde schon noch raus Was hier los ist Und wie es hier weiter geht Aber das war es auf jeden Fall erstmal Danke fürs Zusehen Als dem bis denn Genau Das ist gut Das ist gut Ich bin